Heute sprechen wir über den vielleicht wichtigsten prognostischen Marker, wenn es um deine langfristige Gesundheit geht. Herzlich Willkommen, mein Name ist Moritz Binder, ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Länger Leben Podcasts und einem total spannenden Thema, nämlich der Herz-Kreislauf-Leistung. Die sagt dir nämlich, wie alt du wirst oder zumindest wie alt du werden kannst. Das klingt ganz schön reißerisch, ist aber wahr. Und das werde ich mit einigen sehr eindrücklichen Daten untermauern, die uns einladen, hier nicht diesen klassischen, pathologieorientierten und defizitären Blick der Schulmedizin zu nutzen, sondern eben dezidiert den Blick auf die Gesundheit zu richten und uns zu fragen, was es braucht, damit unser Herz nicht nur nicht krank, sondern lange leistungsfähig bleibt. Und da gibt es eben einige Daten, die eigentlich jeden Kardiologen vom Hocker hauen müssten und euch hoffentlich auch, wenn ihr den Podcast bis zum Ende hört. Und die bespreche ich heute mit euch. Wir teilen das ein bisschen auf. Heute sprechen wir darüber, wie wir diese Herz-Kreislauf-Leistung abbilden können, welche Marker es gibt, wie wir sie also messen und monitoren können und welches Gesundheitspotenzial sich daraus ergibt. Und in der nächsten Folge gehen wir dann der Frage nach, wie wir diese Herz-Kreislauf-Leistung dezidiert verbessern können. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was passiert eigentlich bei dieser Herz-Kreislauf-Leistung, was ist das genau? Dann kann man ja ganz genau über Herz-Kreislauf-Lungen-Leistung sprechen, weil wir atmen ein, klingt trivial, ist aber so und ist auch irgendwie wichtig, weil über die Einatmung holen wir frische Luft in die Lungen, in der Sauerstoff drin ist. Und das ermöglicht dann unseren Lungen, über diese kleinen Membranen, die da drin sind, das Blut zu oxygenieren. Also Sauerstoff wird ins Blut geladen, auf die roten Blutkörperchen und CO2 wird abgeatmet. Das Blut wird also dekarboxyliert und oxygeniert. Und dieses sauerstoffreiche Blut, das wird dann vom Herz-Kreislauf-System, also vom Herz maßgeblich, in die Peripherie und ins Hirn transportiert. Und da gibt es so ein paar Parameter, die da mit reinspielen. Das ist natürlich die Herzfrequenz, aber auch die Pumpeffizienz oder das Auswurfvolumen, also wie viel mit einem Herzschlag da eben transportiert werden kann. Und dann kommt dieses sauerstoffreiche Blut überall hin. Alle Zellen im Organismus, die brauchen Sauerstoff, aber mit der Muskulatur kann man es dann gut veranschaulichen oder sich überlegen. Die zieht nämlich dieses sauerstoffreiche Blut oder den Sauerstoff aus dem Blut raus und kann ihn dann verwerten, kann da Muskelarbeit letztlich mit generieren. Natürlich über andere Wege oder über Stoffwechselwege, die man auch beschreiben kann. Aber das wäre erstmal so eine ganz rudimentäre Betrachtung. Sauerstoff in die Lungen, ins Blut, wird gepumpt zur Muskulatur und kann da genutzt werden, um physische Arbeit zu produzieren. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst und nicht gerade laufen bist oder auf dem Fahrrad sitzt, sondern vielleicht im Auto oder sogar auf der Terrasse einfach dich gerade ein bisschen ausruhst, dann brauchst du ja trotzdem eine gewisse Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung. Also auch jetzt, wenn du sitzt oder liegst, ja, da schlägt dein Herz. Und dieser Prozess, den ich jetzt skizziert habe, der findet statt. Wenn du jetzt aber aufstündest und zur Kaffeemaschine gehst, den Kaffee machst oder nach draußen auf die Straße gehst und stramm spazierst, dann brauchst du eine höhere Herz-Kreislauf-Leistung. Und wenn du dann sogar auf der Straße anfängst zu joggen, dann brauchst du eine noch höhere. Und wenn du dann anfängst, schnell zu rennen, dann brauchst du eine noch höhere. Und wenn du immer schneller läufst, dann kommst du irgendwann an ein Limit. Irgendwann geht es dann nicht mehr schneller. Und die Tatsache, dass du da mehr von deinem Herz-Kreislauf-Lungen-System verlangst, bildet sich zum Beispiel in der höheren Herzfrequenz, aber auch der höheren Atemfrequenz ab. Und dieses Konzept, das können wir jetzt so überlegen und merken, aha, wir brauchen also immer ein gewisses Maß an Sauerstoff, das unser Organismus verbraucht, auch in Ruhe. Und das wird aber mehr, wenn wir eben mehr körperliche Arbeit produzieren oder uns abverlangen. Und da gibt es einen Marker, über den wir jetzt relativ viel sprechen werden, den ich oft in den Mund nehmen werde, nämlich den VO2-Max. Das ist der Wert, der, wenn du beim Laufen oder beim Fahrradfahren an deine Belastungsgrenze kommst, dein Limit markiert. Und den kann man im Labor, also wenn du in irgendein sportphysiologisches Institut an der Uni gehst oder so, oder es gibt auch irgendwelche Praxen, die das anbieten, da kann man den richtig messen. Da setzt man die Leute auf ein Ergometer oder ein Rudergerät und setzt denen eine Maske auf. Und dann kann man genau messen, wie viel Sauerstoff ins System reingeht und dann vom Organismus verbraucht wird und eben wie viel wieder rausgeht. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf irgendwelchen Fotos, wenn Leute so auf dem Ergometer sitzen und so eine Maske mit ganz vielen Schläuchen dran haben. Da kann man dann genau messen, wie viel Sauerstoff eben verbraucht wird, in Abhängigkeit davon, wie viel Leistung erbracht wird. Also die Leute, die dann da sitzen, da fängt man mit einer niedrigen Wattzahl zum Beispiel auf dem Ergometer an und dann schraubt man die immer weiter hoch, Schritt für Schritt und irgendwann sagen die Leute, ich kann nicht mehr fallen vom Fahrrad. Und dann hat man diesen Peak erreicht und kann dann messen, aha, so viel Sauerstoff kann dieser Organismus, dieser Mensch eben nutzen. Und dann kann man eine maximale Sauerstoffaufnahmekapazität errechnen und das ist dieser VO2max. Und der wird angegeben in Milliliter, also Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist also die Menge des Sauerstoffs, die relativ zur Zeit und der relativ zum Körpergewicht genutzt werden kann beziehungsweise maximal vom Organismus verwertet werden. Und jetzt hast du ein VO2 in Ruhe von vielleicht 10, 12 Milliliter, so als Hausnummer. Und wenn du dann spazieren gehst und strammläufst, dann brauchst du irgendwie 15, 20, wenn du anfängst zu joggen, 25, 30, wenn du schneller läufst, 40, 50. Und dann kommst du eben irgendwann an dein Maximum. Und je nachdem, wo das liegt, hast du dann ein VO2max von 40, von 50, von 60, wenn du fit bist. Und jetzt hatten wir gerade die Tour de France vor ein paar Wochen oder Monaten. Da haben die Profis, die da mitfahren, die haben alle einen VO2max von über 80. Und der höchste jemals gemessene Wert, der lag bei 96 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Da haben wir also ein Spektrum. Und die erlaubten schon so einen gewissen Alltagstransfer. Weil wenn ich sage, na ja, zum Spazierengehen brauchst du irgendwie ein VO2 oder bei manchen Leuten VO2max, da ist ja das Limit schon erreicht, wenn man dann einen älteren Menschen, der vielleicht auch herzinsuffizient ist, anschaut, dann ist diese Grenze von 15 tatsächlich so ein Grenzwert, wo Menschen im Alter sich nicht mehr alleine versorgen können. Da gibt es natürlich auch andere Ursachen für. Ja, Schmerzen oder bestimmte andere Einschränkungen im Bewegungsapparat oder kognitive Defizite oder, oder, oder. Aber diese Herz-Kreislauf-Lungen-Leistung, die im Alter abnimmt, das überlegen wir gleich, in welchem Maß die abnimmt und wie man es eben modulieren kann, die ist bei manchen Menschen im Alter dann so niedrig, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, dass dann die Angehörigen sagen, du, Oma, Gertraud, Opa, Alfred, jetzt geht es einfach zu Hause nicht mehr. Ja, wir müssen jetzt dich ins Heim irgendwie bringen, dass du da gut versorgt wirst. Und das wollen natürlich ganz viele nachvollziehbarerweise vermeiden. Das heißt, jetzt haben wir schon einen kleinen Hint darauf, dass es Sinn ergibt, unser Herz-Kreislauf-System nicht nur vor Krankheiten zu schützen, sondern im jüngeren und mittleren Lebensalter so aufzubauen, dass wir eine hohe Flughöhe haben, dass dieser Punkt, an dem wir dann diesen Grenzwert von zum Beispiel 15 Milliliter reißen und dann irgendwie zu Hause uns nicht mehr selber versorgen können, dass der möglichst spät oder eben nie kommt. Und wenn man jetzt in der Praxis überlegt, okay, wie kann ich denn meine Herz-Kreislauf-Lungen-Leistung messen, dann ist es für die meisten eher unpraktikabel, da irgendwo sich auf einen Ergometer zu setzen und diesen Test zu machen. Den kann man, wie gesagt, machen. Der kostet irgendwie 100, 150 Euro. Ist auch ganz interessant. Und wenn man da vor allen Dingen sportliche Ambitionen hat und das mal macht, ist es ganz interessant. Aber ich finde, für die meisten Menschen ist tatsächlich das Messen oder das Monitoring im Verlauf, das ist eben das Schöne, über die Smartwatches total gut möglich, die wir mittlerweile haben. Ich habe eine Garmin mit, da bin ich total happy, aber das geht auch über Apple Watch oder andere Hersteller. Und da hat man zwar ein gewisses Rauschen, also der ist dann natürlich nicht so genau, wie wenn man ihn eben im Labor misst. Aber ich habe einen relativ guten Näherungswert, weil diese Algorithmen, also sowohl die Hardware mit den Sensoren in den Uhren, aber auch die darunter liegenden Algorithmen, die dann eben hergenommen werden, um diesen VO2 Max zu schätzen, die sind so gut geworden in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, dass es wirklich ein kleines Geschenk vom lieben Gott ist, weil dann gehen diese Uhren her oder die Algorithmen im Hintergrund und gucken, okay, wie schnell kann jemand eine bestimmte Strecke mit welcher Herzfrequenz laufen. Und die gucken auch zum Beispiel, wie ist die Erholungsfrequenz, also wenn man eine Belastung gemacht hat, wie schnell reguliert sich die Herzfrequenz nach dieser Belastung wieder runter. Wie ist die Ruheherzfrequenz und, und, und. Und dann kann sie das eben auch anpassen mit diesen anderen Körperwerten, die natürlich total wichtig sind, also das Körpergewicht vor allen Dingen. und kann dann also einen VO2 Max näherungsweise ausspucken, der ziemlich nah an dem ist, wie er tatsächlich ist, wenn man ihn eben im Labor messen würde. Es gibt noch verschiedenste andere Möglichkeiten. Es gibt diverse Kalkulatoren und Formeln, die ihr im Internet findet, wo man dann zum Beispiel die durchschnittliche Wattzahl auf dem Fahrrad über sechs Minuten misst, die maximal mögliche. Oder ich erinnere, als ich damals bei meinen Lehrgängen immer war, beim Handball, da haben wir immer einen Cooper-Test gemacht. Vielleicht erinnert der ein oder andere den auch mit einer gewissen Abneigung aus dem Sportunterricht. Der ist ziemlich einfach, der Test. Da gibt es ein Go und dann rennt man in zwölf Minuten, soweit es geht. Und dann gibt es halt eine Tabelle und wenn dann jemand 4.150 Meter rennt, guckt man in die Tabelle und sagt, aha, VO2 Max ist ungefähr so oder so. Das ist aber relativ ungenau, weil ihr könnt euch denken, damals da an der Sportschule, wenn dann da so ein drahtiger Rückraumspieler irgendwie eine gewisse Strecke gerannt ist, dann hatte der natürlich einen Vorteil gegenüber den 120-Kilo-Brocken, die da Kreisläufer sind und die diese 120 Kilo auch über diese zwölf Minuten, die ganze Strecke, mit sich rumtragen müssen und deswegen zwar vielleicht total fit sind, aber die Körpergewichtsrelation sich da eben nicht so abbildet und deswegen dieser Cooper-Test, die die drahtigen Spieler ein bisschen bevorzugt hat. Das heißt, ich persönlich, ich würde euch empfehlen, wenn ihr es messen wollt, holt euch eine Smartwatch, da gibt es gute Einstiegsmodelle für 150 Euro oder sowas. Und dann habt ihr eben den Vorteil, dass ihr nicht nur diesen Wert einmal bestimmen könnt, sondern der auch im Verlauf immer gemonitort wird und ihr Entwicklung seht, also ihr dann nicht alle drei Monate euch auf das Ergometer im sportphysiologischen Institut setzen müsst, um ihn zu messen, sondern ihr habt immer so ein Echtzeit-Abbild eurer Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung. Und wenn man jetzt überlegt, okay, wovon wird er denn beeinflusst, dann ist natürlich ein wesentlicher Punkt natürlich die aktuelle körperliche Fitness, also die Trainingsleistung oder letztlich wie Abbild der kumulativen Arbeit, die jemand in sein Herz-Kreislauf-Lungen-System über die letzten Jahre oder Jahrzehnte gesteckt hat. Und darüber werden wir dann in der nächsten Folge auch genau sprechen, okay, wie kann man das trainieren? Aber natürlich gibt es andere Einflussfaktoren auch, natürlich zum Beispiel die Genetik. Also Veranlagung zählt, wie immer. Ich persönlich, ich hätte niemals diesen Rekord von 96 Milliliter erreichen können, der da der höchst, jemals höchst gemessene Wert ist. Selbst wenn ich von klein an und meine Eltern und alles daran gelegt hätten, dass ich dann irgendwann hier diesen Rekord knacke, das hätte ich nicht geschafft, einfach weil ich die Genetik dafür nicht habe. Und ein anderer wesentlicher Faktor ist das Alter. Das ist ja klar. Also unsere Herz-Lungen-Leistung, die nimmt im Laufe des Lebens ab und das sehen wir zum Beispiel da dran, dass die maximale Herzfrequenz im Laufe des Lebens abnimmt. Und die ist eben ein Faktor, der in diese maximale Herz-Lungen-Leistung und in VO2-Max, also die maximale Sauerstoffaufnahme kapazitiert, mit rein spielt. Und wenn diese maximale Herzfrequenz weniger wird und ich mit 20, 30 Jahren eine maximale Herzfrequenz von 190, 200 scharf, aber mit 60, 70 Jahren nur noch von 150, dann fehlt da eben ein bisschen die Power und das ist dann ein Abbild davon, dass eben insgesamt diese maximale Sauerstoffaufnahmekapazität auch abnimmt. Und diese Herz-Lungen-Leistung oder der VO2-Max, der reduziert sich im Laufe des Lebens durchschnittlich. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber so ab unseren 30ern, ab dem 40. Lebensjahr um ungefähr 10% pro Dekade. Und im höheren Lebensalter, also so ab 60, 70, sind es dann eher 15%. Und da ist aber eine große Variabilität. Also jemand, der im hohen Alter auch noch an seine Belastungsgrenze geht und wirklich da sein Herz-Kreislauf-System richtig fordert, der kann diesen Abfall deutlich, deutlich reduzieren. Auch vielleicht eben im Alter dann nicht 15%, sondern eher 12, 10, vielleicht sogar 8, 9% irgendwie. Und jetzt wird schon klar, dass wir, wenn wir im jungen und mittleren Lebensalter uns da eine gute Basis erarbeiten, also diese hohe Flughöhe haben, so formuliere ich das immer. Also konkret, ich im mittleren Lebensalter ein VO2-Max von 50, 55, 60 habe, dann kann ich kalkulieren, dass ich mit 70, 80 eben ein VO2-Max von 40, 35 habe und nicht von 15, 20, wo es dann kritisch ist und ich eben meinen Alltag nicht mehr alleine hinbekomme. Und jetzt sagst du, ja klar, irgendwie, jeder will natürlich seinen Alltag alleine hinkriegen, aber man kann das auch auf richtige Lebensqualität übertragen. Also wenn ich hier auf den Berg gehe, dann sehe ich oft noch so zähe Bauern. Die gehen natürlich langsam hier die Kampenwand oder den Giderer bei uns ums Eck hoch, aber die gehen die noch hoch und dafür brauchen die keine Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung oder keinen VO2-Max von 15, sondern eher von, naja, 25, 30, 35, damit sie das schaffen. Und die haben eben, das sieht man denen an, die letzten 50, 60 Jahre sind die immer diesen Berg hochgestapft und jetzt machen sie es langsamer, aber sie können es noch. Also sie haben eine Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung, die das noch ermöglicht. Und selbst wenn jemand jetzt nicht auf den Berg gehen will, sondern einfach, keine Ahnung, Golf spielen oder reisen und sagen, ja, ich will am Bahnhof da die Treppe noch hochgehen oder ich will mit meinen Enkeln auf den Spielplatz gehen oder, 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 dann braucht es dafür diese gewisse Herz-Lungen-Kreislauf-Leistung und die ist eben kein Zufall, sondern die ist ein Aspekt unserer langfristigen Gesundheit, die wir ziemlich gut kalkulieren können und dadurch eben die Implikation haben, was wir im mittleren Lebensalter machen müssen, dass wir die Voraussetzungen haben, um dahin zu kommen. Das heißt, die Quintessenz ist, wer erfolgreich das Long Game spielen will und darum geht es eben in der Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache. Es ist mir total egal, wo du heute stehst, sondern es ist wichtig, wo du in sechs Monaten, in zwölf Monaten, noch mehr, aber in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20, 30, 40 Jahren stehst, dann können wir gut berechnen, aha, wir brauchen heute, müssen wir eine gewisse Arbeit reinstecken und können dann ziemlich gut rückkalkulieren oder vorwärts kalkulieren, wo wir eben in, ja, in 20, 30, 40 Jahren sind. Und das ist kein theoretisches Argument, sondern da gibt es wirklich richtig, richtig viele Daten zu. Die auch repliziert sind, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das angucken und da einen gewissen Alltagstransfer erlauben. Und ein Konzept, das ich dazu kurz reinbringen möchte, ist die All-Course-Mortality oder das Gesamt-Mortalitäts- oder Sterberisiko. Also jeder von uns, das bringt halt das Leben mit, hat ja ein Risiko, in den nächsten zwölf Jahren zu sterben. Das absolute Sterberisiko, das ist für einen jüngeren Menschen, jemand, der 20 Jahre alt, ist zum Beispiel viel, viel niedriger, als für jemand, der 80 ist. Aber auch mit 20 Jahren kann man versterben. Man kann vom Bus überfahren werden, man kann eine psychisch-seelische Erkrankung erleiden und Selbstmord begehen, man kann aber auch eine ganz gemeine, schicksalshafte, onkologische Erkrankung bekommen und daran versterben. Das ist alles sehr unwahrscheinlich, aber es ist halt möglich. Und deswegen hat auch ein junger Mensch ein Mortalitäts-, ein Gesamt-Sterberisiko, genauso wie der ältere, 70-, 80-, 90-jährige Mensch, dessen absolutes Risiko natürlich viel, viel höher ist. Und was man jetzt machen kann, ist in so großen Bevölkerungskohorten kann man Menschen vergleichen und statistisch auf ein Merkmal reduzieren. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und mich, den Moritz, einmal klonen und schauen, dass bei meinem Klon alles genauso ist wie bei mir auch. Also gleicher BMI, gleicher sozioökonomischer Status, gleiches Alter, eben gleiches Geschlecht und, 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 und. Das kann man nie ganz 100% bereinigen und rausrechnen, aber man macht es eben so gut, wie es geht. Und dann nimmt man ein Merkmal, das anders ist, und schaut, wie sich dann Gesamt-Sterberisiko verändert. Und wenn man jetzt den Moritz klont und alles genauso lässt, bis auf das Merkmal Rauchstatus, also ich rauche nicht, aber mein Klon, der raucht schon, dann erhöht sich das Gesamt-Sterberisiko, also die Wahrscheinlichkeit, das Risiko in den nächsten zwölf Monaten zu versterben, um 41%. Das wäre jetzt mal so eine Hausnummer, die ihr im Hinterkopf behalten könnt. Wenn jemand einen Diabetes hat, ein Typ-2-Diabetes, dann erhöht sich das Gesamt-Mortalitätsrisiko für die nächsten zwölf Monate um 40%. Wenn jemand Bluthochdruck hat, um 21%. Wenn jemand dialysepflichtig ist, also eine schwere, fortgeschrittene Niereninsuffizienz hat, dann sind das unglaublich oder einfach sehr hohe 178%. 178%. Das liegt daran, dass die meisten Menschen, die an der Dialyse hängen, dass die häufig sehr viele andere Vorerkrankungen haben, also über Jahrzehnte ein Diabetes hatten und dann die kleinen Gefäße in der Niere schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen sind, dass das Herz vielleicht müde ist, dass man so kardiorinale Syndrome hat und, und, und. Das heißt, die Dialysepflichtigkeit ist wie Abbild von einer langen, multimorbiden Krankengeschichte. Es gibt natürlich auch Menschen in jüngeren Jahren, die leider aufgrund einer gemeinen Autoimmunerkrankung auch dialysepflichtig sind, aber das ist eher die Ausnahme. Also die meisten Menschen, die haben so eine lange, dicke Krankenakte und das bildet sich dann auch in diesem sehr hohen, ja, in der sehr starken Erhöhung des Gesamtsterberisikos von 178% ab. Jetzt habt ihr also so ein paar Hausnummern und das habe ich jetzt erzählt, weil man kann ins Thea gehen und Fitnesslevels vergleichen. Also alles in großen, also man guckt große Bevölkerungskohorten an und dann vergleicht man Menschen nur anhand dieses Merkmals VO2max. Das ist das Merkmal, das man herauskristallisiert und identifiziert und dann guckt, wie verändert sich Sterberisiko. Und wenn man jetzt jemanden nimmt, der leicht unterhalb der 50. Perzentile, also unterhalb des Durchschnitts ist, sprich in der 25. bis 50. Perzentile, so haben einige Studien das kategorisiert, mit jemandem, der leicht überhalb des Durchschnitts ist, also in der 50. bis 75. Perzentile, dann hat der, der ein bisschen weniger fit ist, eine relative Risikoerhöhung seines Gesamtsterberisikos von 41%. Und jetzt erinnert ihr euch, das ist genauso viel wie derjenige, der eine Risikoerhöhung durch das Rauchen hat. Und jetzt sagt man immer, oder ich habe schon öfter gehört, was ist das Beste, was man für seine Gesundheit tun kann, wo hat man den größten Benefit, man soll aufhören zu rauchen. Aber jetzt seht ihr, aha, das Fitnesslevel, das wir eben auf eine Art mit diesem VO2max abbilden können, das hat fast ein noch größeres Potenzial. Weil jetzt kann man diese Kategorien oder diese Perzentile miteinander vergleichen und wenn man zum Beispiel richtig fitte Leute, also 75. bis 97. Perzentile mit den Allerfittesten, also den Top 2, 3% vergleicht, dann haben die Allerfittesten immer noch ein um 29% reduziertes Gesamtsterberisiko. Das heißt, selbst wenn man richtig fit ist, dann haben die, die noch fitter sind, nochmal einen gesundheitlichen Mehrwert, statistisch, um eben länger zu leben. Und wenn man die Allerschlechtesten bezüglich ihres Fitnesslevels anhand des VO2max mit den Allerfittesten, also die untersten 25%, mit den Top 2, 3% vergleicht, dann sind das 400% Risikodifferenz. Und das ist unfassbar. Also ich sage es nochmal, 4, 0, 0%. Das ist, also das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kriegen wir mit keiner anderen Intervention in der Medizin hin, mit keinem Medikament, mit keiner Therapie, keinem Herzkatheter, nichts gibt es, was eine Risikoreduktion in diesem Ausmaß ermöglicht. Und das ist die Zahl, die jeden Kardiologen vom Hocker hauen müsste, die ich da eingangs, wie ich es formuliert habe, weil das ist wirklich unglaublich. Also wahrscheinlich hören sowieso wenige Kardiologen hier zu und die, die zuhören, die sind engagiert und cool und kennen sich da ein bisschen aus. Aber die meisten Kardiologen, die wissen das nicht. Und wenn man die fragen würde, was denkst du denn, wenn man jetzt so Herz-Kreislauf-Leistung vergleicht, irgendwie Leute, die gar nicht fit sind, mit denen, die richtig fit sind, was würdest du denken, wie ist da so die Risikoreduktion in Bezug auf das Gesamtsterberisiko? Die würden das alle viel, viel niedriger schätzen, weil aus der Medizin, wenn man irgendwie so Interventionsstudien mit Medikamenten, mit Blutdruck senken kann oder sowas hat, dann ist man immer über viel, viel niedrigere Effektgrößen schon ganz froh. Also wenn man da ein paar Prozent rausholt, dann freuen sich alle und dann kann man so eine Number-Need-to-Treat ausrechnen und je niedriger die ist, also je weniger Leute man mit einem Medikament behandeln muss, um eben einen Herzinfarkt zum Beispiel zu verhindern, dann sind das also ganz, ganz andere Hausnummern und weit weg von diesen wirklich unglaublichen 400 Prozent Risikoreduktion. Das hört sich nach viel an, aber das ist eben auch wirklich unfassbar viel. Ich kann das gar nicht genug betonen. Das ist wirklich unglaublich, wenn man es sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Und diese Risikoreduktion mit den 400 Prozent zum Beispiel, die kann man auch insofern nochmal einbetten oder veranschaulichen, dass wenn jemand krank wird im Alter, also zum Beispiel sich eine Lungenentzündung holt, dann ist es bei jemandem, der 70 ist, immer kritisch. Ein junger Mensch, der kann auch mal an einer Lungenentzündung versterben, wenn es ganz doof läuft. Aber wenn ein 20-, 30-Jähriger eine Lungenentzündung hat, die Wahrscheinlichkeit, dass der halt dann ein paar Tage im Krankenhaus rumliegt und Antibiose kriegt und das irgendwie auf einer Pobacke absetzt, auch wenn es in dem Moment natürlich unangenehm ist, das ist relativ hoch. Ja, das ist ganz, ganz selten, dass da wirklich jemand einen schlechten Verlauf hat. Aber wenn jemand über 65 ist, dann ist das per se, wenn der eine Lungenentzündung diagnostiziert kriegt, schon eine Indikation für einen stationären Aufenthalt. Das sollte man nicht mehr ambulant behandeln. Das sagt die Leitlinie. Und der Hintergrund ist einfach, dass jemand, der über 65 ist, statistisch ein so hohes, absolutes Risiko hat, an der Lungenentzündung zu versterben, dass alle sagen, oh, 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 sofort mit Samthandschuhen anfassen und richtig gut aufpassen und gut monitoren und Blut abnehmen und Verlaufskontrollieren und IV-Antibiose und, 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 weil wir eben wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben, im höheren Alter ziemlich hoch ist. Und das ist auf eine Art unter der Perspektive mit der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität auch erklärbar. Auch da spielen wieder andere Faktoren mit rein. Aber was passiert bei einer Lungenentzündung? Da habe ich in einem Teil meiner Lunge Entzündung. Ist ja klar. Und was ist, wenn da Entzündung in der Lunge ist? Naja, dann hängt da ganz viel Schlons drin. Ja, dann ist da Immunaktivität, dann ist da Wasser eingelagert und vielleicht auch Eiter und, und, und. So, und das muss der Körper erstmal, muss da arbeiten und diese Bakterien, die da in der Regel die Lungenentzündung machen, muss der, muss der wegarbeiten und kriegt dann Unterstützung durch die Antibiose, aber dann ist da eben die Lunge richtig belastet. Und beim jungen Menschen, da habe ich in der Regel viel Puffer. Also wenn da die halbe Lunge halt gerade mit Wasser voll ist, naja, dann habe ich genug Puffer. Ja, dann kann die das kompensieren. Weil der VO2 Max, wenn man das jetzt als, als Herausforderung des, kardiopulmonalen Systems nimmt, der ist so hoch, dann reicht die andere Hälfte der Lunge, die noch gesund ist, um diesen Sauerstoff, ähm, äh, oder die, die Oxygenierung, das Beladen, des Blutes mit Sauerstoff irgendwie noch hinzukriegen, in dem Maß, dass es halt reicht, dass wir überleben. Aber wenn jemand in einem höheren Alter einen niedrigen VO2 Max von 20, 25 hat und dann setzt sich da die Lungenentzündung drauf, uff, dann haben wir keinen Puffer. Ja, dann sind wir direkt durch diese Entzündung so an der Belastungsgrenze, dass wir dann auch schwuppsdiwupps auf Intensivstationen beatmet liegen und einfach die Prognose ganz, ganz schlecht ist. Das ist auch mal so eine Einbettung, die diese unfassbare Risikoreduktion für das Gesamtsterberisiko irgendwie kontextualisiert und einbettet. Und die spannende Frage, die sich jetzt da dran anschließt, ist natürlich, wie trainiere ich denn jetzt mein Herz-Lungen-Kreislauf-System? Also, wie erreiche ich einen hohen VO2-Max? Und das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört. Für jetzt danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Liebe Grüße, euer Moritz. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben, nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür, die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1 zu 1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!